Von der Freundschaft. Von der spricht nun einer, sie sei überall. Die andere, sie sei nirgends. Und es steht dahin, wer von beiden am ärgsten gelogen hat. Wenn du Paul den Peter rühmen hörst, so wirst du finden, rühmt Peter den Paul wieder. Und das heißen sie denn, Freunde. Und ist oft zwischen ihnen weiter nichts, als dass einer den anderen kratzt, damit er ihn wieder kratze, und sie sich so einander wechselweise zu narren haben. Denn wie du siehst, ist hier ein jeder von ihnen nur sein eigener Freund und nicht des anderen. So ganz rein geht's hier freilich selten ab, und etwas Menschliches pflegt sich wohl mit einzumischen. Aber das erste Gesetz der Freundschaft soll doch sein, dass einer des anderen Freund sei. Und das zweite ist, dass du's von Herzen seist und Gutes und Böses mit ihm teilest, wie's vorkommt. Die Delikatesse, da man den und jenen Gram allein behalten und seines Freundes schonen will, ist meistens Zertelei. Denn eben darum ist er dein Freund, daß er mitunter trete und es deinen Schultern leichter mache. Drittens, lass du deinen Freund nicht zweimal bitten. Aber wenn's Not ist und er helfen kann, so nimm du auch kein Blatt vor's Maul, sondern geh und fodere frisch heraus, als ob's so sein müsste, und gar nicht anders sein könne. Hat dein Freund an sich das nicht taugt, so musst du ihm das nicht verhalten und es nicht entschuldigen gegen ihn. Aber gegen den dritten Mann musst du es verhalten und entschuldigen. Mache nicht schnell jemand deinen Freund. Ist er's aber einmal, so muss das gegen den dritten Mann mit allen seinen Fehlern sein. Etwas Sinnlichkeit und Parteilichkeit für den Freundschaft mit zur Freundschaft in dieser Welt zu gehören. Denn wolltest du an ihm nur die wirklich ehr- und liebenswürdigen Eigenschaften ehren und lieben. Wofür wärst du dann sein Freund? Das soll ja jeder wildfremde, unparteiische Mann tun. Nein, du musst deinen Freund mit allem, was an ihm ist, in deinen Arm und in deinen Schutz nehmen. Eigentliche Freundschaft kann nicht sein ohne Einigung. Und wo die ist, da macht sie sich gerne und von selbst. So sind Leute, die zusammen Schiffbruch leiden und die an eine wüste Insel geworfen werden, Freunde. Nämlich das gleiche Gefühl der Not in ihnen allen, die gleiche Hoffnung und der eine Wunsch nach Hilfe einigte sie. Und das bleibt oft ihr ganzes Leben hindurch. Einerlei Gefühl, einerlei Wunsch, einerlei Hoffnung einigt. Und je inniger und edler dieses Gefühl, dieser Wunsch und diese Hoffnung sind, desto inniger und edler ist auch die Freundschaft, die daraus wird. Aber, denkst du, auf diese Weise sollten ja alle Menschen auf Erden die innigsten Freunde sein? Freilich wohl. Und es ist meine Schuld nicht, dass sie es nicht sind.